Herzlich Willkommen bei der Tischlerei Holzatelier. Mein Name ist Sven Grebenstein, ich bin Tischlermeister und habe den Betrieb im Jahr 2001 übernommen. Bei uns in der Werkstatt arbeiten zurzeit drei Gesellen und zwei Auszubildende, die gemeinsam ihre neuen Möbel mit modernster Technik anfertigen. Die Tischlerei Holzatelier verfügt über einen der modernsten Maschinenparks für einen Handwerksbetrieb in dieser Größe. Durch diese hochtechnologierte Fertigung sind wir noch flexibler, schneller und genauer in der Ausführung für ihre neuen Möbel.